Was ist das? Ich hab keinen Account-Namen geändert. Mann, was hast du gemacht, weil ich die lange spiele? Was geht Bros? Ich bin's wieder, euer Brawl Bro. Und willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Ihr glaubt nicht, was eine crazy Prank ich heute vorhabe mit euch. Und zwar ist Beheming gerade auf Toilette, Freunde. Und ich hab mir jetzt überlegt, ich mach ganz schnell die Kamera, Jan, weil die hier eh schon lag. Und ich bin ja in seinen Account hier eingeloggt, Leute. Ihr seht es ja hier. Und ich ändere jetzt einfach heimlich seinen Namen in Brawl Stars, Leute. Oh mein Gott, er wird unglaublich krank ausrasten. Ich kann nicht einschätzen, wie krank das enden wird. Wir müssen auch immer richtig schnell machen, weil ich glaube, er macht kein großes Geschäft. Deswegen gehen wir jetzt hier auf Namen ändern. Kann er noch gratis machen. Und wir machen einfach mal von Benji Bro zu. Kleines Mädchen. Oder? Gibt es noch was Cooles? Nee, ich glaub, das ist auch schon lustig. Kleines Mädchen. Und dann noch so ein... Ach, kann man gar nicht. Okay, okay. So. Doch, warte. Kleines Mädchen. Schnell, schnell, schnell. So. Muss schnell machen. Bestätigen. So. Okay. Oh mein Gott, Leute. Gibt dafür wirklich ein Like. Oh, er kommt auch schon. Gibt ein Like. Wirklich. Okay. Lasst ein Napo da. Safe. Safe. Okay. Er kommt. Er hat gerade gespürt. Okay. 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 Bindi, warte. Kann ich ein Video machen? Spiel doch, ich spiel noch kurz eine, ich spiel noch kurz eine Runde Brawl Boy. Okay. Warte noch kurz. Auf deinem, einfach auf deinem Account bin ich gerade, ich spiel kurz eine Runde. Let's go. Guck mal zu, okay? Guck mal zu, Bro. Mit Daryl. Ich sag jetzt, ich werde alle rasieren. Oh, pass auf, dass du nicht die... Okay. Hä? Seine Schnitzchen? Hä? Ich geh mal aus der Runde raus. Ich glaub, irgendwas leckt. Wie irgendwas leckt. Warte. Ich bin gerade drin. Ja, geh mal kurz aus der Runde raus. Das war nur ein Spaß. Ich hab einen neuen Account gemacht. Das ist nicht deiner. So, okay. Warte. Komm mal. Dachtest du, es ist dein Account? Nein, Mann. Ich hab einen neuen gemacht. Wir machen so ein Video. Kleines Mädchen hat ein Tor geschossen. Ach, du hast Spiky Bro so mit deinem Mädchen gemacht? Ja, ich hab den Account einfach geändert. Mit Namen einfach auch lustig so. Aber das Lustige ist, ich kann den Account einfach... Also, ich kann den Namen nicht ändern, wie er zurücknimmt. Also, der bleibt einfach so, kleines Mädchen. Zum Glück spiel ich mich auf Spiky Bro. Okay. Also. Warte, die Runde ist gleich vorbei. Weißt du schon, was wir drehen? Ach, schon ein bisschen. Oh mein Gott. Okay, das war gerade fail. Das war gerade fail. Ich wollte ihn halten, aber ich dachte... Wie viele Trophies hast du schon davor ein paar Runden gemacht? Ach, der hat nicht viele Trophies. Der hat auf jeden Fall alle Brawler, du weißt ja. Aber... Mhm. ... kaum Trophies. Also. So. Nur mit Daryl. Daryl hat jetzt viel. Daryl, hab ich gut gepusht bis hin. Mhm. Okay, warte. Komm. Mach ein kurzes Tor jetzt rein hier. Okay. Stabil. Also, Digga. Kleines Mädchen. Boah, Alter. Wie viel hast du denn? Der hat kurz eine Zeit mit ihm gepusht. Ja, Mann. Da. Guck dir mal den Account an. Hä? Hä? Was hast du gemacht? Was ist das? Ich hab keinen Account am Ende. Was sind... Mann, was hast du gemacht, weil ich die lange spiele? Tschö mal. Oha, au. Au, ey, aua, hallo. Benjamin, hallo. Hör doch auf. Tschö mal. Tschö mal. Was hast du gemacht? Ja. Man hat nur einmal gratis. Ja? Kleines Mädchen. Ja, jetzt wird mich jeder auslachen, wenn ich eine Runde game mache. Andere denken sich so... Ich hab deinen Account am Ende einfach geändert, Digga. Guck mal, der Bigbox öffne ich auch kurz. Immer leise, Mann. Oh, mein Gott. Das war's mit Benji, Bro. Und weißt du was? Man kann seinen Namen nur einmal ändern. Also, das war's mit dem Account von dir, Bro. Aua, chill, chill. Au, chill, chill, chill. Ah. Oh, war eben mein Handy? Nein, du bist in eine Runde reingegangen. Er hat mein Handy auf den Brunnen geworfen. Digga. Ups. Aber trotzdem, was machst du? Ja, ich hab deinen Account nach einfach geändert. Nein. Kleines Mädchen. Du bist doch ein kleines Mädchen. Ich mach deins auch zu klein. Kleiner Dennis, Bro. Ja, das ist nicht lustig. Doch. Benji, Bro, war irgendwie komisch. Kleines Mädchen sieht doch lustig aus. Mal, das ist voll komisch. Komisch. Tja, Bro. Oh, Mann. Tja, ist doch... Die Leute werden es lustig finden. Und vor allem, weißt du was? Ich hab's einfach gefilmt noch. Guck mal, nicht schön, kann ich mir ein Video angucken, wie mein Account weg ist. Ja. Was machst du jetzt? Willst du auf dem Account weiterspielen? Nein. Wie, nein? Willst du den Account jetzt nicht mehr wegen dem Namen? Nein. Was? Ich mach jetzt nur deinen weg. Du willst, nein, mein machst du nicht weg. Ich lock mich nicht ein, kannst du nichts machen. Bei deinem Handy bist du auch nicht drin. Dann hack ich dein Handy. Genau. Ich hack auch dein Handy. Gar nicht. Oh, mein Gott. Mann. Ich muss mich jetzt wenigstens noch eine Runde, ja? Aber guck mal, die lachen sich bestimmt bei der Runde geradeaus, kleines Mädchen. Also hast du, hast du jetzt einfach akzeptiert, dass du kleines Mädchen heißt? Nein. Du hast kleine Schildkröte. Kleine Schildkröte. Nein, das reicht, ja. Was denn? Das reicht. Guck mal, warte, guck dir mal deinen Account an, warte. Jetzt sieht er richtig krass aus. In deinem Club, warte, wir schreiben jetzt mal in deinem Club rein. Die werden gar nicht wissen, wer das ist. Ey, ihr Klein. Ey, die verlassen gleich alle. Du schreibst jetzt, jetzt steht bei denen, kleines Mädchen schreibt, ey, ihr Klein. Was machst du? Guck mal, wie das in deinem Club aussieht. Guck mal, wo bist du? Du bist ganz unten, ja. Kleines Mädchen, anfühler. Sei leise. Was? Schau mal, er fällt auf den Boden. Warte, ich bin gespannt. Nein, aber es ist dann wirklich nicht lustig. Doch, ist lustig. Du heißt einfach, ab jetzt heißt, ab jetzt heißt du kleines Mädchen. Schreiben die. Warte, ich muss kurz zurückschreiben. Was willst du schreiben? Nein, lass doch kurz, lass kurz. Nein. Doch. Nein. Doch. Das geht nicht. Vor allem, das schreibt einer, Ben, du hast Bock mit dir zu spielen. Und jetzt, ey, ihr Klein. Mann. Voll peinlich. Aber dann hast du ja gar keinen Brawl Stars Account mehr. Ey. Kleines Mädchen. Warte, das sieht geil aus. Ich änderte noch mal. So, ein Screenshot. Screenshot noch. Geh mal jetzt auf dein Account. Er hatte keine Reaktion. Alle sind gerade im Game, alle am Brawl. Warte, Marky. Schreibt der oder was rein oder? Irgendwer, der gerade nicht im Game ist. Da schreibt die Schreiber. Wir reagieren einfach nicht drauf. Doch. Was? Wenn ich Benji einlade, kommt kleines Mädchen. Hä? Wenn ich Benji einlade, kommt kleines Mädchen. Wie klein? Das bin ich, schreibe ich jetzt. Ey. Oh mein Gott. Warte, ich mach noch. Ich mach jetzt her. Chill, chill. Ich mach nach dem Smiley. Da kommt so richtig was. Was ist mit Benji los? Schau. Ey, jetzt geht mal her. Warte, 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 warte. Warte, wir gucken jetzt noch, was er schreibt. Das Ding ist, Benji, guck mal. Das Ding ist, ich werde jetzt gleich deinen Namen zurückgenden. Man kann seinen Namen zurückgenden. Keine Sorge. Aber es kostet halt Gems, aber ich werde dir einfach noch welche draufberufen. Oder ich gebe dir einfach 10 Euro dann. Weil ich habe da vier Elfstallkarten. Ich will sehen, ich will sehen. Was ist denn? Was willst du gucken? Was willst du machen? Willst du Clan suchen? Guck. Kann man Namen ändern. Ja, guckt, ob er den Namen ändern kann. Warte, gib doch. Ich ändere doch. Und da hin. Ah, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du kannst ihn erst in zwei Tagen ändern. Kleiner. Aber immerhin kannst du ihn ändern. Sei doch glücklich. Nein. Zwei Tage, Frage. Das lustig auch nicht, Leute. Das hat Bryce das neu gemacht. Dass man seine Tage, dass man in zwei Tagen warten muss. Nein. Okay, ich habe gerade übelst den Schock bekommen, Leute. Weil es als dieses Namen ändern da so eingedrückt war. Dass man nicht draufklicken kann, dachte ich gerade, man kann jetzt den jetzt ehrlich nicht mehr ändern. Weil vielleicht wurde das irgendwie neu gemacht. Aber da steht hier, du musst weitere zwei Tage und 23 Stunden warten, bis du deinen Namen ändern ändern. Ist doch ein Prey, ist doch lustig. Also zum Glück kann man den noch machen. Boah, stell dir vor. Alter, dann wäre ich der größte Kackbruder überhaupt. Jetzt hätte ich das ehrlich gemacht. Boah, aber nein, Leute. Gebt auf jeden Fall für diesen geilen Prank einen Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Benji, keine Sorge. Ich mache das schon wieder gut, Bro. Ich mache das schon wieder gut. Checkt auf jeden Fall auch das Video ab, wo wir letztens Sandy gezogen haben, Leute. Überkrass. Wir haben einfach Sandy auf Benjamin in seiner County gezogen. Und ja, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, keine Reaktion mehr von Marky. Es kam einfach keine Reaktion mehr. Ich würde auf jeden Fall sagen, war auf jeden Fall trotzdem ein richtig gelungener Frank. Benji ist jetzt auf jeden Fall nicht so erfreut darüber. Aber egal. Ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein. Macht's gut, Benji, Bro. Ciao. 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 Ciao.